nicht geschafft plus wie gesagt die help side kam jedes mal von in münchen an also das ist kein angriffssystem das ich zum vorteil der berliner bisher nicht geschafft plus wie gesagt die help side kam jedes mal von in münchen an also das ist kein angriffssystem das ich zum vorteil der berliner bisher große runs aufs paket zu legen innerhalb von relativ kurzer zeit guter kursi kappi so wie es genau wie kapia prämmata so parker wie heute prägt oder ob es sich immer wenn ich die siegur auf der bozelle und die nomadadou weil er fast handelt leppet Das war einer. Reiner Bepp. Lucic immer wieder der Pick von ihm und rüber auf die andere Seite. Finden die Münchner Mittel und Wege aus dieser Mini-Krise jetzt kurz vor Ende rauszukommen. Einfach über die Zeit bringen, dafür ist jetzt momentan nicht die Situation angebracht. Thomas ist da, auf dem kann man sich... Er ist wirklich ein Fehler. Er hat noch eine Gange. Wuerl-Embab. Lucic, Aminat O'Brien. Jaramas. Er ist ein Larkin. Er ist ein Jahr die Fs. Er ist nicht so schwer, die Bayern. Er ist die Zeit für die Europäische Eurotage. Lutschitsch Hunter Sie müssen die 2-2 Die 2-2 Die 2-2 Die 3-2 Wiler-Bab Lutschitsch Darnsond Kerstin Wisensch Wiler-Bab 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 Wiler-PC Neues Lutschitsch Die Stoffe ist eine sehr wichtiges Element heute sein, ob bei Berliner Distanz wo fällt oder nicht. Aber tendenziell mit sehr vielen drei Punkte Würfen, gerade natürlich wenn Eriksson auf der Seite... Aber es wird ein sehr wichtiges Element heute... ...sein, ob bei Berliner Distanz wo fällt oder nicht. Aber tendenziell mit sehr vielen drei Punkte Würfen, gerade natürlich wenn Eriksson auf der Kastel mit den Würfen die man nehmen muss. Man muss auch wegkommen davon, einen Wurf danach zu beurteilen, ob er drin ist oder nicht. Sondern es geht darum, dass man die richtigen Würfe nimmt. Völlig richtig, also wenn ich offen bin, spätestens dann muss ich natürlich werfen, weil ich sonst das ganze Mannschaftsoffensivgefühl...